Hey, ich bin der Jürgen aus Eroswalde, und wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem blücheln. Hallo, Herr Lehmann. Hallo. Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Heidi. Hallo, Karl. Frank. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, recht herzlich willkommen hier im Kultur-Kfee M, hier in der alten, ehrwürdigen Burgstorgenstadt, Süddonau. Schön, dass Sie gekommen sind bei diesem, sag ich jetzt mal, Mistwetter, dass so viele da sind, um heute einen Künstler aus Thüringen zu begrüßen, der seit vielen Jahren auf den Bühnen in ganz Deutschland steht und auch darüber hinaus. Andreas Schirneck freut sich, hier heute sein Programm Akustik Young präsentieren zu dürfen. Begrüßen Sie ihn mit einem kräftigen Applaus. Ja, was soll eigentlich jetzt noch kommen? Der Höhepunkt des Abends ist vorbei, oder? Mit der Ansprache hier von Christoph. I'm gonna leave the pain behind. Gonna leave the phone so alive. Gonna take the magic potion. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich freue mich wirklich hier zu sein, denn ich war noch nie hier und dieser Location geht ja hier wirklich ein legendärer Hof voraus und man muss sich ja wirklich hier fünf Jahre oder so anmelden, um hier zu spielen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020